. Seid ihr bereit? Ja. Start, klar. Das kommt hier. Das erste Immobilie. Warte, ich weiß noch nicht. Du? Das hätte ich ja gedrückt. Willst du mich jetzt nicht locken? Das ist ganz schön schwierig. Garnbombe. Wer ist denn mit Garnbombe, Alter? Jetzt kommt, verdammt. Stulle muss das sein. Fynn Wullenweberg. Zack, 1-0. Richtig, woran hast du das erkannt? Bei Stulle, als das Spitzname Stulle war ich mir dann klar. Verdammt. Oh ja. Wir haben aber einige, die zotten. Das ist schon mal eine Eingrenzung. Eingrenzung? Ungefähr drei Drittel der Mannschaft ist so ein Zotten. Ich bin schon mal raus. Ja, ich auch. Sicher? Wir sind es nicht. Nein. Irgendjemand aus dem Namen Berge? Was? Die ist Berge. Ach nein! So ein Tipp. Mann, ey, wie dumm du mir. Ja! Ich denke immer an die Spitzname. Das ist natürlich schlecht. Baby, wer hat ein Baby? Ich sag, ich kriege eine Sauberweizung. Ja, das könntest ja du sein. Ja, das könnte ich sein. Aber es können natürlich noch ein paar sein. Ja, da brauchen wir noch einen weiteren Hinweis. Warte mal kurz überlegen. Ja, okay, machen. Flaschenstein. Baby Flaschenstein. Nee, ich brauche noch einen Hinweis. Ja, ich auch. Jetzt kommt's. Stein halt oder was? Stein halt. Baby, das kann es ja dann nur du sein. Hey, das könnte jetzt schon der Matchball sein, ne? Das ist der Matchball. 2-1. Das ist der Matchball. Die Frage ist nur, ob ich verwandle. Finger weg. Wer kann denn lesen bei uns? Wer kann denn lesen überhaupt schon? Sind nicht viele? Ähm, Studenten. Haare schneiden? Friseur? Boah. Ich wollte einfach mal drücken. Schmerz. Ich sag. Niklas. Weller. Glückskind. Ich lasse jetzt Haare schneiden wegen Weller. Mach doch. Vorstieg. Das ist aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Ja, ich habe die Ex noch mal im Spiel zurückgeholt. Du wolltest einfach nur mal gedrückt haben. Ich wollte einfach mal früher drücken als von durch. Ja. Jetzt muss es der Weller sein. Niklas Weller. Ja. Aber das als fünftes, wo du im ersten schon einfach nur so eine 50-Prozent-Komst hast. Also ich gönne dir den Sieg. Aber das muss man einfach sagen. Ich weiß, das habt ja nicht ihr vorbereitet. Sondern jemand bei uns, oder? Na kaum. Mach nix, Jurgi. Mach nix, Jurgi.